Die Geschwindigkeit einer Kamera ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Der erste große Bereich ist die Autofokusgeschwindigkeit. Bei dieser haben die digitalen Spiegelreflexkameras die Nase vorn. Danach folgen Kameras mit Hybrid-Autofokus und das langsamste Autofokus-System ist das Kontrast-Autofokus-System. Bitte behalte im Hinterkopf, dass es Unterschiede zwischen Kontrast-Autofokus-Systemen gibt. So sind Kontrast-AF-Systeme von spiegellosen Systemkameras schneller als die einer günstigen Kompakten mit fest eingebautem Objektiv. Die Serienbildgeschwindigkeit einer Kamera ist ein sehr guter Indikator für die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Bildprozessors. Darüber hinaus wird oft angegeben, wie viele Bilder in Folge gemacht werden können. Diese Angabe zeigt an, wie schnell die Kamera speichert und ob sie einen großen Pufferspeicher besitzt. Bitte beachte hier aber, dass die Speicherkarte ebenfalls eine hohe Geschwindigkeit haben muss, damit die Geschwindigkeit nicht durch einen Flaschenhals reduziert wird. den einigen Untertitelung des ZDF, 2020